Klinik ist umgebaut. Der neue Eingangsbereich der Kliniken Sindelfingen ist fertig. Oberbürgermeister Bernd Föhringer hat gestern das Foyer offiziell wieder eröffnet. Bereits seit knapp einem Monat ist die renovierte Pforte und Patientenaufnahme für den Publikumsverkehr zugänglich. Damit sind die 2009 durch den Aufsichtsrat beschlossenen Renovierungsvorhaben nun komplett abgeschlossen. Begleitet wurde die Neueröffnung durch eine Ausstellung. In Fotografien und Zeitdokumenten wurde darin die Geschichte der Sindelfinger Krankenhauses gezeigt.